Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, also vor dem gleichen Video, denn heute sind wir mal wieder am Startanzeigeständer und hier die Shop vom 6.3.2019. So und nun gehen wir direkt in den Item Shop und heute haben wir den neuen Sunflower Skin, Sunsprout Backpack und auch den, wie heißt den anderen nochmal, weiß gar nicht, auf jeden Fall kommen wir jetzt erstmal zum Sunflower Skin, äh ich würd mal sagen der kriegt von mir, ich weiß gar nicht, irgendein von 10, übrigens auch bei dem ja gleich, ich finde den irgendwie nicht so wirklich toll, ich finde die sieht auch nicht so gut aus, kriegt auch von mir, 5 von 10, so was haben wir denn da, Sunflower, das ist, äh, äh, das ist unsbrot, ist diese, boah alter, what the heck, das ist immer noch die, was ist immer noch, kann man erinnern doch wieder, so, Sunflower 4,75 von 5 bei 4 Votes, echt gefällt euch das, so gut, krass, so dann haben wir den da, der sieht noch schlimmer aus, das sieht irgendwie aus, wie so ein Mexikaner, so ein Magnum, Magnum Verschnitt mit einem Strohhut, 3 von 10, 3 von 10, da ist ein Entchen da oben noch drauf, ja 3 von 10, ist ein Bauer halt, 3 von 10, der hat ein Entchen oben, wie viel gibst du? dem gebe ich ein bisschen mehr als ihr, alleine wegen dem Entchen, kriegt von mir 6 von 10, so, und jetzt bin ich gespannt, oh mein Gott, wie ich, hey sieht, 4 von 5, der hat eine etwas schlechtere, also 4 von 5 bei 5 Votes, okay, sieht doch schlecht aus, findest du? Ja, auf jeden Fall, gut, dann kommen wir zu dem Sunsprout, Sunsprout, die gefällt dir ziemlich gut, ne? Ja, ich weiß, das ist ziemlich süß, also ich geb dir mal 10 von 10, Sunsprout, hier, ähm, von mir, was, 10 von 10 gibst du denn? Ähm, ziemlich schön eigentlich, Na gut, kostet nur 200, und das ist ein Backpack, und das ist ganz süß eigentlich hinten drauf, also ich geb dir mal 2, ja, 10 von 10. Ähm, ich geb dem Sunsprout, 7 von 10. Woher weißt du das? Ich kann mir Gedanken legen. 7 von 10, und da haben wir 3,33 von 5 bei 6 Votes. So, was ist das? Oh, ne, ja, das ist ja Haystacks. Was sieht kacke aus? Den findest du kacke? Ja, den gebe ich 6 von 10. Den gebe ich? 8 von 10. Genau. Das ist krass, das ist krass, dass du das hörst, wo ist denn? Da. Ich geb dem 8 von 10, genau, brauche ich eigentlich bald gar nichts mehr zu sagen. 3,33 von 5 bei 3 Votes. So, haben wir noch irgendwas? Nee, und dann haben wir noch hier diesen Gold Digger. Ich geb dem 4 von 10. Na klar, ich geb dem 5 von 10. Wieso ist das so leise? Das hört mir jetzt fast gar nicht. 5 von 10. Nee, 4 von 10. So wie du, ja, 4 von 10. Also mehr kann ich dem Ding, am besten will den auch nicht gehen. Finde ich noch nicht so toll. So, da haben wir hier momentan 3,17 von 5 bei 6 Votes. So, dann kommen wir nun zu Köster. Den fand ich eigentlich ganz geil. 7 von 10. Da gleich auch. Kommt hin, ja. Ich geb dem glaube ich sogar diesmal 8. 8 von 10. Ich brauche hier nicht. Ich brauche hier nicht. Ja, also, ähm, das ist der Castor. Das ist der da. Da, der da. Und da haben wir 3,6 von 5 bei 30 Votes. Gurgli. Gurgli. 0 von 10. Oder mal einfach 0 von 10. Der glaube ich auch. Oder, weil er sieht ziemlich schlimm aus. 0 von 10 für den Gurgli. Du hast recht. Ich finde den grau... Sam. Ich finde den hammer schrecklich. 3,6 von 5. Also, ich check's nicht. Wie kann man diesen... Ne, egal. Also. Oh nein. 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 Ich will nicht. Mach es weg. Mach es weg. Mach es weg. 8 von 10. 2 gleich 0 von 10. Das ist für mich der schlimmste, also wirklich mit Abstand. Also, mit absolutem Abstand. Der schlimmste Emote, den ich je in diesem ganzen Shop gesehen habe. Ich krieg von der Scheiße Kopfschmerzen. Ohne Flachs. 8 von 10. Egal. Ich bin 0 von 10. Ich geb dem Lazy... Ich geb dem 0 von 10. Ich hasse... Also wenn... Ich kauf mir den Emote. Ich werde quitten. Ich werde... Wenn er das Ding die ganze Zeit mir vorspielt, werde ich nicht mehr spielen. Ich höre auf. Ich habe keine Lust mehr. Das ist... 4,33 von 5. Ich... 4,33! Der ist halt geil. Ich war ja den Emote auch. Ich mag den Emote. Ich... Mayhem. Mayhem. Ich geb dem mal 6 von 10. Ich geb dem 7 von 10. Steampunk. Steampunk. Das ist auch 7 von 10. Egal. Steampunk. Skin. Kriegt von mir 7 von 10. Ach. Warum hab ich das vorgesagt? Der Mayhem. Ja. Und da haben wir tatsächlich 3,83 von 5 bei 30 Votes. So. Dann kommen wir zur guten Armin. 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 Reicht noch mal schon wieder. 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 Wie oft hast du mir den anderen Scheiß vorgespielt? Wie oft hast du mir den anderen Scheiß vorgespielt? Bist du genervt von dem Skit? Von dem Emot was schade, sonst hätt ich ihm sogar noch mehr gegeben. Also, ähm, ne, ja, ja kriegt von mir 8 von 10. Das ist richtig. Gute Nanny. Wo ist denn das Ding? Da. Wir haben wir aktuell 4,14 von 5 bei 7 volts. Und dann haben wir den Treesplitter. Ja, das ist schlimm. 1 von 10. Naja, ich geb dem 5 von 10. So, da haben wir 3,69 von 5 bei 16 volts. Also, weil ich das heutige Däri, ich hab nie gefällt. Dann würde ich mich dann weiter gerne mit dem Tor freuen. Ähm. Schlaf nicht ein beim Reden. Macht's gut, bis dann und ciao.